herzlich willkommen freunde zu einem da wird gleich gehupt in die anmoderation das fängt ja super an zu einem neuen video endlich mal wieder ein video auf diesem kanal hier sorry dass die letzten ich weiß es noch nicht zwei wochenende vielleicht kein video kam wir waren erstens zu hause haben nicht gefilmt und zweitens hatten wir auch nicht wirklich die zeit erst mal familie dran dadurch können wir auch bald wieder endlich losfahren und dann kam natürlich auch wie regelmäßig wieder videos trotzdem gibt es heute mal wieder ein video denn wir haben ja immer noch unseren austausch bus hier unser bus ist noch in der werkstatt ich mache das anmoderation eigentlich war anna noch gar nicht da denn ich packe ja anna quasi ein und wir fahren wohin genau wir fahren nach polen warum nach polen das erzählen wir später einfach anders familie ist auf jeden fall mit dabei mal gucken wie es da so ist es auf jeden fall verdammt war 35 grad wir haben ja hier immerhin den bus kann darin schlafen die anderen haben ein hotel gemietet aber wir werden das wieder so machen hier wir lassen uns überraschen was so passiert ob wir ein schönes plätzchen überhaupt finden und dann mal gucken wie die wie viel vier tage donnerstag bis sonntag wie die vier tage werden das vier tage ja ich glaube schon vier nächte okay viel spaß mit dem video ich habe mich sehr auf dich gefreut ab jetzt wird wieder gefilmt nein das ist doch das kaschen die nur zwischen uns hey wieso wieso sagst du ich habe mich nicht auf dich gefreut ist zwar ein vorwurf so wie lange fahren wir jetzt zwei stunden ich weiß nicht mehr wir fahren auf jeden fall lange wir sind schon lange gefahren haben uns jetzt hier getroffen und werden dann in polen erst mal beim hotel gucken da checken die anderen ein und wird einkaufen nein er wird tanken auf jeden fall in polen ja man kann wirklich so habe ich mir wirklich überlegt so ein paar sachen zu gewürze oder sowas was leer ist schon für die nächste reise ja mal gucken ist doch nicht dumm ich weiß nicht ob das viel günstiger ist aber können wir gucken ein paar sachen schon ja günstiger als norwegen jedenfalls ja leider ist die klimaanlage kaputt und heute sind 35 grad okay jetzt geht's los wir fahren deswegen mit offenen fenstern auf der autobahn dennoch auch nicht so schnell und gucken wie lange wir brauchen bis gleich so einige zeit später herzlich willkommen in poland hoffentlich werden wir nicht rausgefischt aber eher auf dem rückweg dann denke ich auch wenn 113 euro bezahlt für ich glaube es waren 70 liter knapp also 113 durch 70 keine ahnung ist es vielleicht günstiger als in deutschland vielleicht auch nicht 507 slotti jetzt kann weiterfahren ja es ist so warm verdammt 35 grad steht hier auf dem display und in der zwischenzeit können wir ja zeigen was ich angefangen habe zu basteln ah ja stimmt anna hat nämlich ich hab dir aber ein bisschen geholfen einen tisch gebastelt und zwar einen stehtisch damit man draußen an der schiebetür stehen kann und arbeiten kann im stehen eher so ein hängetisch so ein hängetisch genau aber nicht fertig genau ist noch nicht fertig aber vielleicht ist er fertig wenn wir das video hier geschnitten haben deswegen kommen jetzt ein paar ausschnitte und dann werden wir mal sehen ob man schon was erkennt oder nicht ist auf jeden fall witzig gewesen die aktion bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Hi. Wir haben gewonnen, das Rennen. Nein, wir haben natürlich kein Rennen gemacht, aber wir sind vor Annas Fermelita auf jeden Fall. Und wir sind jetzt schon mal am Hotel und das ist direkt an einem Flüsschen. Das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Und wir sind jetzt schon mal an. Also wir warten jetzt hier. Die anderen checken gerade ein. Und dann müssen wir zu irgendeinem See fahren, weil es so warm ist. Ich hoffe, die Seen sind nicht ausgetrocknet. So, wir sind offensichtlich am Badesee. Anna ist gerade mit ihrer Schwester im Wasser. Ich war vorhin schon, denn die beiden hatten keine Badesachen mit. Jetzt kam der Rest der Familie, hat ein bisschen Essen mitgebracht. Wir haben was gegessen schon. Und ich sitze jetzt hier auf einem süßen, selbstgemachten, aber frei begehbaren Steg und sitze hier am Wasser. Richtig schön hier auf jeden Fall. Gerade eben, das war ein kleiner Hecht, was ihr gesehen habt. Da vorne sind die Frösche gesprungen. Und also der See ist richtig, richtig klar. Das ist wirklich ein richtig schöner See. Hätte ich gar nicht gedacht. Die Badestelle ist übrigens auch sehr schön. Wir stehen jetzt aktuell mit dem Auto auf dem Parkplatz. Da ist es jetzt relativ voll zur Zeit, aber es könnte sein, dass wir heute Abend da theoretisch schlafen können. Ist eigentlich ganz gut gelegen. Ein paar Bäumchen drumherum, dicht am Wasser. Aber es könnte sein, dass wir auf die andere Seite auch noch fahren. Vielleicht morgen Abend, vielleicht auch heute. Weiß ich noch nicht. Denn dort sieht es so aus, als würde man mit dem Auto direkt ans Wasser kommen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, aber wir werden hier um Wollstein in der Nähe bleiben, weil da halt wie gesagt das Hotel ist. Und wir werden mal gucken, ob wir hier ein paar schönen Plätzchen finden. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus aktuell. So, ich werde jetzt zurückgehen und ich habe mir überlegt, ich werde Anna das Plätzchen jetzt noch nicht zeigen, sondern erst nachher beim Sonnenuntergang. Das könnte romantisch werden. Ich gehe jetzt zurück zu den anderen. Die sind bestimmt wieder raus aus dem Wasser. Ja, und dann mal gucken, was wir heute noch so machen. Vielleicht gehen wir heute Abend ins Restaurant, weiß ich noch nicht. Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt wahrscheinlich sehr lange satt. Wir haben nämlich so einen Falafeldöner gegessen beide. Aber war sehr gut. Also können sie hier tatsächlich. Hey, warte auf mich und sei vorsichtig. Der Steg ist nicht TÜV abgenommen. Ist doch so schön hier. Kannst du raufgehen. Hat mich auch rausgehalten. Und, wie findest du es hier? Megaschön. Wow. Also leider haben wir den Sonnenuntergang etwas verpasst, weil hier ein Angler drauf war mit seinem Sohn. Aber es ist immer noch schön, auch wenn es jetzt wahrscheinlich schon sehr dunkel aussieht, bis auf das Licht hier von der Kamera. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen sitzen. Mücken, ja. Sieht man die? Mücken sind einige da, aber bisher noch keine gestochen. Also vielleicht sind es auch doch nur Fliegen. Apropos Mücken. Wir haben übrigens jetzt ein Mückennetz, aber das werden wir später erzählen. Ja, das sind echt viele. Krass. Ne, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, anderthalb Schluck auf. Und wir werden heute nichts mehr essen. Das Mittag, was wir vorhin hatten, da hatten wir noch ein paar Reste, haben wir jetzt aufgegessen. Wir sind durch für heute. Die anderen sind auch schon zurückgefahren im Hotel jetzt oder noch die Altstadt angucken, aber das werden wir bestimmt am Tag über nochmal machen. Und ja, wir wünschen schon mal eine gute Nacht, glaube ich. Obwohl wir zeigen nochmal, wenn wir uns ein gutes Plätzchen gesucht haben. Genau, weil wir werden auf dem Parkplatz nochmal einmal umparken und dann werden wir da wahrscheinlich über Nacht stehen bleiben. Oder? Ja. Gut, dann bis gleich. So, wir haben umgeparkt. Stehen jetzt hier immer noch auf dem Parkplatz, aber relativ schön. Zeigen wir euch morgen. Ist offensichtlich dunkel. Filme ich überhaupt nicht in die richtige Richtung. Jedenfalls ist es noch verdammt warm. Also wir sind jetzt hier oben, haben die Fenster beide aufgemacht auf beiden Seiten. Die Mückengitter auch. Mücken ist gar nicht so doll übrigens. Aber es sind einfach 28 Grad noch draußen und es ist jetzt 23 Uhr oder sowas. Ich weiß auch nicht, ob wir so gut schlafen können die Nacht. Ja, und wir haben vergessen, hier oben einen Laken drauf zu machen. Ist natürlich auch ein bisschen blöd. Unten haben wir einen Laken, aber wir wollten jetzt nicht unten noch umbauen. E-Bike kamen wir nämlich auch bei. War uns jetzt zu aufwendig. Müssen wir morgen machen. Das war morgen nicht. Weil wir einen Schlafsack haben, der ja unten auch Schlaf hat. Ja, gut, wir haben den Schlafsack jetzt unten hingelegt, aber der ist halt echt warm. Naja, soll ja einen Schlafsack auch. Egal, wir sehen uns morgen früh. Mal gucken, was so ansteht. Morgen Familiensache. Das erklären wir euch morgen nochmal, was da abgeht und warum wir überhaupt in Polen sind. Ja, könnt ihr gespannt sein. Also, gute Nacht und wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch. Wir haben, naja, nee, wir haben nicht ausgeschlafen. Ich war um 6.30 Uhr wach, habe ein Video für einen anderen Kanal aufgenommen, habe ein bisschen im Wasser mit dem Metalltektor gesucht, habe auch dann ein bisschen getaucht. Übrigens haben wir einen neuen Bollerwagen, der ist ähnlich wie der andere auch zum Falten, aber wirkt ein bisschen robuster, können wir euch bestimmt nochmal vorstellen. Auf jeden Fall habe ich viel Kleingeld gefunden und so. Vielleicht geben wir das jetzt beim Bäcker aus, denn wir holen uns jetzt erst mal was zum Frühstück. Mittlerweile ist es schon um 11, glaube ich. Also wir sind eine Weile wach und haben deswegen auch schon ziemlich doll Hunger. Anna war schon im Wasser auch, ist ein bisschen geschwommen, habt ihr ja gesehen. Und ja, dann geht es für uns heute nach Willi-Schowo, glaube ich. Irgendwie so ein kleines Dorf und dann erzählen wir euch später mehr, warum wir da sind und so. Haben wir ja gestern schon angeteasert, aber vorher gibt es erst mal was zu essen, bevor wir umkippen. Und wo da die Leuchte steht, die beiden Masten nach rechts und nach links, wo also diese Hofbeleuchtung steht, da war ein Taubenschlag. Da haben die ja immer jeden Sonntag haben die ja Täubchen gegessen mit Reis und sowas und Kartoffeln. So, wir sind jetzt hier gerade auf einem großen Hof. Mittlerweile alles ein bisschen Industrie, Gewerbegebiet, nee, nicht Industrie, Gewerbegebiet. Also verschiedene Unternehmen hier ansässig. Und warum wir hier sind, Annas Familie war vor 100 Jahren noch hier. Familie, Väter, nee, mütterlicherseits. Dann über den Opa, der übrigens auch mit dabei ist. Der Opa war selbst mal vor 81 Jahren hier, ist auch schon dementsprechend alt. Konnte sich noch ein bisschen erinnern, wie das hier alles aussieht. Und der Vater vom Opa, also Annas Ur-Opa, der ist hier aufgewachsen. Genau, der ist hier aufgewachsen. Er wurde hier geboren, 1899. Und ja, wir sind einfach gerade so ein bisschen auf Spurensuche. Es ist leider nicht mehr so viel zu erkennen, aber der Park hier, der ist teilweise noch da. Und vor allem hier diese große Kastanie hinter uns und die Kastanie auf der Seite hinter uns. Die sind beide noch da. Und diese Kastanie ist damals wohl in Kugelbilds eingeschlagen. Das hat der Ur-Opa, dem Opa erzählt. Und die ist tatsächlich auch nur noch zur Hälfte da, aber steht noch und lebt noch. Und man sieht auch das Verbrannte. Genau, bis dann sieht man auch noch das Verbrannte außen an der Rinde und so oder im Baum. Aber es ist schon krass, dass man wenigstens das noch sieht. Wir haben auch alte Fotos, wo, kann ich mal einblenden vielleicht ein so Foto, wo die Familie halt davor steht. Man sieht zumindest einen von den Bäumen, die immer noch dastehen. Also die Bäume sind deutlich über 100 Jahre alt. Ja, und die ganzen Scheunen stehen noch da. Genau, die ganzen Scheunen stehen hinten auch noch da. Da gehen wir jetzt gleich nochmal hin. Die filmen wir nochmal ein, zwei Mal. Aber an sich ist das schon cool. Auch, dass wir auf das Gelände rauf konnten, weil wussten wir ja nicht. Wir sind einfach auf gut Glück hergefahren und wollten mal an der Tür klopfen. Das ist ja auch immer ein schwieriges Thema. Wir wollen ja auch nicht sagen, oder ihr wollt nicht sagen, ja, wir haben ja hier gewohnt. Und dann kommen irgendwie Deutsche hierher und latschen hier auf einem fremden Grundstück rum. Ist ja irgendwie schon eine komische Situation. Aber es hat jetzt eigentlich ganz gut gepasst. Wir haben ja eine kleine Führung bekommen von einem, der selber hier schon seit 57 Jahren nicht wohnt, sondern er arbeitet. Ich glaube, der hat ein Unternehmen von hier. Und der hat uns zumindest noch ein bisschen erzählen können. Hier stand nämlich das Gutshaus und sowas auf dem Bild. Das hat er auch noch mitbekommen. Zwei Jahre, nachdem er gekommen ist, wurde es abgerissen. Abgerissen? Welche Füße? Genau, weil das leider dann zerfallen ist. War wohl ein sehr schönes Gutshaus, habt ihr auf dem Bild gesehen. Ja, das Reich ist auch noch da. Ist ein bisschen anders, aber an der richtigen Stelle zumindest. Und ansonsten gibt es leider nicht mehr so viel zu sehen. Die Scheunen gucken wir uns noch ein bisschen an. Die sind wohl genauso wie früher. Aber das Gutshaus wäre natürlich interessant gewesen. Naja, immerhin stehen die Bäume noch. Haben wir euch ja gezeigt. Aber an sich trotzdem spannend. Ja. Mein Arm fällt gleich ab. Ich habe noch nie so lange die Kamera gehalten. Ich hoffe, mein Handy filmt überhaupt noch. So, genug gesehen, glaube ich. War trotzdem interessant, wie gesagt. Wir werden jetzt wieder an einen See fahren, vermutlich. Weil es ist immer noch so heiß. Also es ist heute zwar bewölkt, aber irgendwie trotzdem über 30 Grad. Langsam freue ich mich richtig auf Norwegen und aufs Wetter. Aber ich weiß es genau. In Norwegen werden wir sagen, oh, die Wärme, die fehlt und so. Man kann es uns halt einfach nicht recht machen. Aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Und die werden wir definitiv mit haben. Die richtige zumindest. Ich hätte halt lustig geguckt. Guckt immer noch. Jedenfalls werden wir jetzt noch vorher einkaufen gehen. Ein bisschen Getränke. Den Kühlschrank füllen. Da ist nämlich sonst nichts drin außer Getränke dann. Aber ist egal. Bis gleich. So, wir sind wieder an unserem Badesee, wo wir dort vorne übernachtet haben. Haben das Auto jetzt abgestellt. Der Park ist ein bisschen leerer. Aber naja, was das jetzt hier heißen soll, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall nehmen wir die Wertsachen sowieso immer mit aus dem Auto. Ja, weil Scheibe einschlagen geht natürlich immer. Dann von innen öffnen, das ist natürlich blöd. Mach ihn weg. Ja, dann brauchst du Wasser. Und er hat gerade jemanden gefasst mit Wasser. Du musst jetzt eine Therapie machen, Anna. Ich soll ihn essen? Du sag mal. Ja. Du kriegst 10 Euro, wenn du das isst. Oh oh. 20. Gewinn. 30. Euro, eh, es ihm. 30 Euro? 30 Euro. Gegrillt? Nein, so, wie er jetzt isst. Einfach hab. Zu wenig. Ich möchte 40 Euro. 40 Euro. Mit der Arme. Nein, Alter. 100 Euro. 100. Gehst du wieso? Das ist doch nicht. Doch, wirklich. Komm, trau dich. 100 Euro? Nein, machst du nicht. Hast du nicht gegessen? Mach mal, zeig. Oh, du bist doch, Mann. Voll falsch. Okay, Anna war schnell im Hotelzimmer duschen. Ich nicht, ich war ja baden. Ja, Anna war auch, ist ja auch egal. Das Seewasser war ja sauber. So, und wir werden jetzt in die Altstadt von Willi Chobo gehen und euch ein bisschen mitnehmen. Mal gucken, was wir so schönes entdecken. Und dann werden wir heute Abend, also gleich, quasi essen gehen. Mal gucken, was so die Speisekarte hergibt. Ich bin gespannt. Und über die Preise halten wir euch auch im Laufenden. Das wird auch interessant, nochmal zu vergleichen, denke ich. Und im Laufenden. So, take dich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Cool. Sehr schön. Okay, wir sehen uns im Laufe des Tages. Heute geht es vielleicht nach Posen, je nachdem, was die anderen geplant haben. Aber irgendwie als Sightseeing habe ich das Gefühl, ist heute auf dem Plan. Ja. Mal sehen. Bis denn. So, das Frühstück war okay. War eigentlich ganz gut. Es gab ein bisschen Auswahl. Ich glaube, es hat jetzt umgerechnet 5 Euro gekostet pro Person. Das finde ich okay für ein Frühstück. Ja, auch wenn die Leute ein bisschen komisch geguckt haben, weil wir alle so komische Schuhe an hatten, Flip-Flops, Crocs und so. Aber egal. So, wir haben uns jetzt gemeinschaftlich dagegen entschieden, nach Posen zu fahren, weil das wahrscheinlich ein bisschen unentspannt wird. Vor allem mit Auto. Es ist halt eine relativ große Stadt. Deswegen gucken wir uns eine kleinere Stadt an. Und zwar Smigel oder auf Deutsch Schmigel oder sowas. Ist wohl irgendwie Dorf oder Stadt der 99 Mühlen gewesen. Und der Urgroßvater von dir? Oder Ur-Urgroßvater? Ich glaube sogar Ur-Urgroßvater hatte... Bruder vom Urgroßvater. Egal. Irgendwie sehr weit entfernter. Schon lange verstorbener Verwandte hatte dort eine Bockwindmühle. Und deswegen fahren wir dahin. Und gucken mal generell uns so eine Mühle an. Weil die Mühle wird vermutlich dort nicht mehr stehen. Ich weiß gar nicht, ob wir das rausfinden würden. Aber ja, wir lassen uns überraschen. Wir fahren jetzt hin. Dreiviertelstunde und dann gucken wir uns das Ganze an, oder? Ja. Oh mein Hund, ich bin ein Buben. Ja, ich bin ein Buben. Ja, ich bin ein Buben. Ja, ich bin ein Buben. Er will eine Äpfel nicht an der Fasche. und am anderen Möbel. Immer voll! Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir hoffen sehr, die Aufnahmen haben euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video doch schon mal gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe mich übrigens doch entschieden, das quasi heute und morgen noch zu schneiden, damit es wieder ein Wochenende früher kommt und es einfach wieder in den Rhythmus reinkommt. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Habt ihr ja gesehen, ob es pünktlich kam oder nicht. Jedenfalls wollte ich noch sagen, wir haben zwei Bockwindmühlen gefunden, aber hier waren früher halt 100 in dem Dorf oder 99, wie gesagt. Die anderen stehen halt alle nicht mehr, leider. So, deswegen, ja, die Spurensuche war so mäßig erfolgreich, aber es war trotzdem ein schönes Städtchen. Habt ihr ja gesehen, ist eigentlich ganz süß gewesen. Und ja, schöne Häuser, schöne Häuschen, Parkierchen, die Windmühlen waren cool. Ansonsten, wir werden jetzt irgendwo einkehren, denke ich mal, irgendwas trinken gehen oder so. Es sieht zwar heute nicht so warm aus, es bewölkt, aber glaubt mir, es ist immer noch sehr warm. Aber das wisst ihr ja selber, brauche ich euch nicht erzählen. So, ganz kurz nochmal, so sieht eine öffentliche Toilette in Polen aus. Krass, oder? Es ist einfach, es sieht schöner aus als bei uns zu Hause. Ne, ey, guck dir das mal an. Es ist echt krass. Und vor allem der Boden ist auch so sauber. Ja, okay, ja, viel Spaß, ne. Ich geh schon mal, ich fahr schon mal zurück. Jetzt tun wir nicht, als wenn ich so lange brauche. Tschüss. Es gab auch kein Klopapier. Es gab kein Klopapier? Ah gut, fast perfekt. Dann scheitert es. Scheiße. Aber ich hatte was mit. Gut. Vorbereitet sind wir nämlich. So, wir sind jetzt auf dem Hotelzimmer, beziehungsweise die anderen sind im anderen Zimmer, spielen ein bisschen Karten. Ihr hört wahrscheinlich, es regnet in Strömen seit Stunden. Eigentlich wollten wir heute nochmal losgehen, das haben wir jetzt offensichtlich nicht gemacht. Aber gute Nachricht, dafür sitze ich da am PC und schneide das Video, was ihr gesehen habt, was hoffentlich, wie gesagt, pünktlich kam. Ja, in dem Sinne wünschen wir euch schon mal jetzt eine gute Nacht. Heute wird nicht mehr besonders, nee, doch, doch, wir suchen uns ja nachher noch einen Schlafplatz. Äh, ja, wir fahren nachher nochmal los, wir werden nicht auf dem Parkplatz vom Hotel schlafen, sondern wir werden noch ein bisschen fahren heute. Vermutlich werden wir an dem See dann letztendlich stehen, wo wir auch schon ein paar Mal baden waren. Da wollten wir ja auf die andere Seite mal fahren. Ich denke, das probieren wir heute. Es sei denn, irgendwas ändert sich, dann melden wir uns trotzdem nochmal. Also bis gleich. Bruder, liegt jemand drin? Oh, dann lass mal anders hinschlagen. Der Penta drin oder so. Wann ist der Penta drin? Lass mal zur anderen Stelle fahren. Es gibt keine andere Stelle, das ist die Stelle, die ich ausgeschlagen habe. Oh, wirklich? Ja. Ich kann auch einmal links fahren hier, aber... Ja. Meinst du, der hat da mit... oder wie ist das? Ich hab keine Ahnung, aber ich will das nicht schlafen, wo der steht. Ja, hier ist dann das da. Aber pass auf, hier ist direkt das Wasser, ja? Ja, ja. Das ist ja halt da an. Aber Tür eigentlich... Ah, nee, Tür ist ja jetzt. Tür zum Wasser? Ja, ist gut. Tür zum Wasser. Zum Wasser. Oh. Oh. Oh, aufpassen. Ja, ganz so ruhig. Das ist alles unter Kontrolle hier. Klatsch. So ist gut, so ist gut. Aber so stehen wir schief. Also... So. Nicht parallel zur Straße, zum Weg. So. So ist gut. Ja, perfekt. Okay. Plätzchen für die Nacht gefunden. Nee, ist doch schön, glaube ich. Also, werden wir dann morgen früh im Hellen sehen, aber ich glaube, es ist schön hier. Ja, ich glaube auch. Was hat der Typ wohl gemacht gerade? Meinst du, der hat seine Angel draußen mit seinem Piepgerät? Hat er sich schlafen gelegt kurz, oder? Keine Ahnung, aber ich sehe, dass wir hier echt viele Mücken drin haben. Kann nicht sein, wir haben jetzt Mückengitter. Von den letzten Nächten. Meinst du, die sind noch drin hier? Mhm. Schlagginer? Mhm. Die haben so viel Blut von mir bekommen. Die überlegen drei Tage. Eigentlich bräuchte man so ein Mückennetz hier auch an der Seitentür, aber ich glaube, so extrem ist es dann doch. Okay, ja, wir haben ein Plätzchen gefunden, machen das Dach auf und eigentlich gibt es nicht mehr viel zu bereden heute, oder? Ja. Wir sehen uns morgen früh. Ja. Vielleicht noch mal ein paar Drohnaufnahmen, wenn es nicht regnet, aber vermutlich wird es die ganze Nacht durchregnen und es regnet übrigens immer noch und morgen früh vielleicht auch. Ja, oder? Hattest du gerade geklopft? Ich weiß. Warum? Seit meinem Fuß. Okay. Na, dann gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Hi. Guten Morgen. Morgen. Wir sind wach. Wie ihr gesehen habt, da steht einfach ein Zelt, wahrscheinlich von einem Angler. Und da steht das Auto, wo wir gestern Abend vielleicht den Typ geweckt haben oder weiß ich nicht was. Wir sind jetzt beide wach, haben gut geschlafen, haben lange geschlafen. Es ist um 10, wussten wir gar nicht. Es hätte auch um 8 sein können vom Gefühl her, aber es war angenehm zu schlafen. Es war eine richtig schöne, kühle Nacht durch den Regen, waren die Geräusche sehr angenehm. Da war keine große Straße in der Nähe wie letzte Nacht. Also war ein sehr guter Platz, war der beste Platz bisher, fand ich. War noch besser als der Parkplatz vorne, fand ich. Ja. Oder? Schöner, aber man kann hier nicht so gut leuchtbaren gehen, obwohl, geht wahrscheinlich auch. Oh, schon eine gute Badestelle, aber wahrscheinlich tritt man einen Angelhaken, weil hier viele Angler sind. Egal. Die Nacht war trotzdem gut, baden können wir eh nicht oder wollen wir nicht. Es regnet nämlich immer noch und es wird den ganzen Tag noch regnen. Ja, wir fahren jetzt erstmal nochmal zum Hotel, zu den anderen und dann keine Ahnung, was noch passiert, weil mit Regen ist man halt das schon ein bisschen eingeschränkt. Kann sein, dass wir dann auch schon zurückfahren, aber melden wir uns gleich nochmal. Jetzt wird erstmal das Dach zusammengeklappt. Das ist jetzt natürlich außen nass, das ist kein Problem. Das kann man ein, zwei Tage so lassen, aber wenn es dann wieder trocken ist, sollte man das auch mal aufklappen und trocknen lassen, wie bei einem normalen Zelt, weil das dann schimmelt und das wollen wir nicht. Ne? Ja. Dann können wir auch schon wieder losfahren. Let's go. Let's go. Wie einfach hier Zelte stehen. Das ist schon das zweite Zelt, das andere war auf der anderen Seite. Aber es sind halt die Angler, die Zelten hier einfach nachts über, auch bei dem Wetter anscheinend. Da sind die Angeln draußen. Karpfenrouten. Hier auch noch Angeln draußen. Verrückt. Aber irgendwie cool, dass das auch erlaubt ist. Ich glaube in Deutschland könntest du nicht mal einfach so ein Zelt aufbauen. Naja, in Norwegen ist es ja auch anders. Da freuen wir uns auch schon drauf. Da werden wir richtig krasse Plätze finden, glaube ich. Ja. Das wird schön. Schade, dass ich heute keine Drohne mehr fliegen konnte. Das hätte ich schon noch mal gern gemacht, aber bei Regen, ne, das lassen wir lieber. Ich möchte ja auch in Norwegen haben, die Drohne. Nicht, dass wir die jetzt irgendwie versenken oder so. Das wäre nicht so gut. Wir sind gleich am Hotel und dann melden wir uns nochmal. Übrigens, wir haben hier natürlich keine Höherlegung drin, habt ihr ja vielleicht auf den Videos gesehen. Im Gelände muss man natürlich mehr aufpassen, ne? Ja. Weil es fühlt sich ja vom Fahren her, fühlt sich schon sehr ähnlich an, auch wenn wir hier einen Schalter haben. Aber man muss halt doch drauf achten, dass man vielleicht nicht so schnell über die Bodenwellen fährt und so. Und durch den Schlamm fährt. Wir haben ja auch kein Allrad. Naja. Aber bisher kein Problem gewesen. Nicht, dass der es stecken kann. Und jetzt auch. Ja, wir haben die anderen quasi vom Hotel abgeholt. Die waren schon am rausfahren. Und die wollten sich hier nochmal alte Eisenbahnen angucken. Die stehen hier und das machen wir noch. Da gibt es jetzt noch ein paar Szenen. Ich denke draußen im Regen quatschen wir jetzt nicht. Aber viel Spaß für den Aufnahmen. Und danach geht es vielleicht nochmal zum Triathlon. Der findet nämlich heute da statt. Wir haben irgendeinen Deutschen kennengelernt, der da schon zum 8 Mal mitmacht. Und der hat uns das quasi erklärt, was da so passiert. Ja. Genau. Okay, bis gleich. Ich hab' ich noch mal da statt. Ich hab' dich auch noch mal. Ich hab' dich geschafft. Bist du drauf? Ja, du bist ja voll. Ich hab' dich auch noch mal. Ich hab' dich auch noch mal da." Du kannst du drauf? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020